Willkommen Leute zu den schlechtesten Karten in ganz Yu-Gi-Oh! Dem Format, in dem ich euch in jeder Folge 5 Karten zeige, die ich persönlich zu den schlechtesten Karten in ganz Yu-Gi-Oh! zähle. Bitte beachtet, dass die Karten, die hier erwähnt werden, nach dem heutigen Standard bewertet werden. Das heißt, nicht nach dem Standard von vor 10 Jahren, denn damals waren manche Karten einfach besser als heute. Aber heutzutage sind sie einfach unbrauchbar. Und zudem werden einige Karten hier drin vorkommen, die vielleicht sogar gute Effekte haben, die allerdings so heftige Konkurrenz besitzen, dass sie niemand mehr spielen sollte. Und die sind quasi jetzt kleine Lektionen an euch drin, damit besonders Anfänger die Karten nicht anfangen zu spielen, weil sie sind einfach extrem unbrauchbar. Ihr könnt gerne weitere Karten in die Kommentare schreiben, die ich mal in diesem Format erwähnen soll. Und jetzt würde ich sagen, wünsche ich euch viel Spaß mit der ersten Karte. Heute beginnen wir mit einer sehr alten Karte, und zwar mit der Karte Zeremonienglocke. Ein Stufe 3 Effektmonster mit der Eigenschaft Licht in den Typen Hexer. Und die Werten 0, 1850 und im Effekt, solange diese Karte offen, auf dem Feld liegt, müssen beide Spieler mit ihren Handkarten offen spielen. Und diese Karte finde ich persönlich sehr interessant. Die Sache ist die, das klingt erstmal gar nicht mal so übel, denn wenn der Gegner seine Handkarten zeigen muss, dann kann man seine Plays predikten und eventuell ist dann die Normalzummen auf diese Karte hier sogar sinnvoll. Aber leider ist sie das nicht unbedingt, denn das Problem ist leider, dass man die Karte normeln kann und dann liegt sie da mit 0 ATK. Und das ist halt schon mal ziemlich blöd, weil dann wird sie nächste Runde safe sterben und die bekommt eine Menge Schaden und man hat die Normalzummen raus für einen Effekt, der vielleicht gar nicht mal so viel gebracht hat. Und wenn man die Karte hinsetzt, dann liegt sie nicht offen, wodurch der Effekt von Zeremonienglocke nicht getriggert wird. Das heißt, dann musst du erstmal es schaffen, dass die Karte durch einen Angriff des Gegners überlebt und in Death liegen bleiben darf. Das geht natürlich mit so Karten wie Waboku ganz gut, aber das geht dann auch wieder ein bisschen minus, bis man dann die Zeremonienglocke erfolgreich in offener Death liegen hat. Und erst dann ist sie sinnvoll. Doch das ist eventuell ein bisschen zu spät, weil das Problem ist leider, dass der Gegner schon nach kurzer Zeit wahrscheinlich seine Hand so ein bisschen verprasst hat und dann bringt der Effekt so gut wie gar nichts mehr. Und zudem sucht der Gegner normalerweise zweimal pro Spielzug oder so irgendwelche Karten raus, die ihr sowieso wisst. Und wenn der Gegner irgendwann nur noch solche Karten auf der Hand hat, dann ist der Effekt komplett useless und stattdessen habt ihr ein Problem, weil der Gegner eure Hand auch kennt. Natürlich in Decks, wo man seine Hand sehr gut verprassen kann, wäre diese Downside nicht so groß, aber nervig wäre es trotzdem, wenn der Gegner jedes Mal euren Topdeck sehen kann. Und die Karte hier wird nicht lange überleben. Sie hat 1850 Death und keinen Schutzeffekt und ist einfach komplett anfällig gegen so gut wie alles. Ich meine, ein 2000er Bits-Stick reicht aus, um das Ganze loszuwerden und welches Extradeck-Monster hat keine 2000 ATK. Das ist einfach heutzutage überhaupt gar kein Problem mehr, mit egal welchem Deckthema, einen solchen Defense-Stick einfach zu überrennen und der Effekt ist leider gar nicht mal so gut. Auch wenn man die Handkarten des Gegners sehen kann, was sich zunächst mal sehr stark anhört muss man dafür erstmal eine sinnvolle Anwendung finden in der Meta und seine Normals haben wir dafür aufzugeben, lohnt sich eigentlich in keinem Deck und deswegen gibt es keinen Grund, die Karte zu spielen. Doch jetzt kommen wir zu der nächsten sehr alten Karte und zwar zu der Karte Magischer Vernichter Typ 0, eine permanente Fallenkarte mit dem Effekt, wirf eine Zauberkarte von deiner Hand ab, füge deinem Gegner 500 Schaden zu. Und das hört sich erstmal gar nicht mal so übel an, weil die Sache ist die, die Karte hat keinen One-Per-Turn-Effekt. Und das bedeutet, man kann mit der Karte eventuell irgendwelche Loop-Kombos machen, um damit wirklich 8000 Schaden zu machen. Aber die Frage ist leider, ist das Consistent möglich? Und dazu kann ich schon mal sagen, nein ist es nicht. Weil wir haben hier ein Problem. Die Karte ist eine Fallenkarte, das heißt, sie ist sehr langsam. Das heißt, die muss erstmal eine Runde liegen bleiben und am besten auch überleben, damit man halt in der eigenen Runde dann, eine Runde später, den OTK hinbekommt. Es gibt zwar ein, zwei Karten, die erlauben quasi Fallenkarten, den First-Turn zu aktivieren, aber die Consistent rauszubekommen und darauf wirklich zu setzen für einen OTK, ist nicht gerade Consistent. Deswegen will ich das jetzt mal nicht wirklich mit einfließen lassen in die Bewertung. Das ist ziemlich lächerlich. Und du musst halt wirklich 16 Mal erfolgreich eine Zauberkarte abwerfen können und sie jedes Mal wieder zurückbekommen. Zumindest 15 Mal musst du sie zurückbekommen. Und das ist halt schon sehr, sehr, sehr viel. Ich denke nicht, dass es ein konstantes Deck gibt, was diese Karte abusen kann. Und deswegen landet sie hier, weil sie einfach nicht gut ist. Ich meine, wir haben aktuell durchaus gute Burn-Decks. Wir haben Trickster, wir haben beispielsweise Simoshi Burn, wir haben Chain Burn. Das sind vier konstantere Decks und da kann magischer Vernichter Typ 0 OTK nicht wirklich mithalten. Und deswegen landet diese Karte heute hier. Leider keine gute Fallenkarte, auch wenn sie keinen Once-Battern-Effekt hat, was erstmal OP klingt. Doch jetzt kommen wir zu einer recht unbekannten Karte und zwar zu der Karte Nummer 44, Himmels Pegasus. Ein Rang 4-XE-Monster, was wahrscheinlich kaum einer kennt. Mit der Eigenschaft Licht in den Typen Umgeheuer und die Werten 1800, 1600 und beschworen wird die Karte mit zwei Monstern in der Stufe 4. Und der Effekt? Once per Turn. Du kannst ein X-Material von dieser Karte abhängen und dann ein offenes Monster wählen, das dein Gegner kontrolliert, zerstöre es, es sei denn, dein Gegner zahlt 1000 Life Points, um diesen Effekt zu annullieren. Und das ist halt komplett lächerlich, Leute. Warum sollte man eine Karte spielen, die die extra Monster-Kartenzone blockiert und die eventuell ein offenes Monster wählen und schießen kann, es sei denn, der Gegner kann 1000 Life Points zahlen, was so gut wie immer möglich ist. Ich meine, die Karte wählt als Ziel, sie zerstört nur, sie kann nur offene Monster auswählen und sie blockiert die Zone. Und der Gegner kann es quasi immer negieren. Warum zu Hölle sollte man so eine Karte überhaupt in Erwägung ziehen? Es gibt so verdammt gute Karten, wie beispielsweise Kassel Himmelsprenger, die schon wirklich seit einer ganzen Weile rumlaufen, die einfach egal welche offene Karte ins Deck mischen können, ohne dass der Gegner das negieren kann. Warum sollte man dann so eine Karte hier spielen? Das macht absolut keinen Sinn. Eines der schlechtesten XE-Monster, die ich je gesehen habe und die Karte ist absolut scheiße. Natürlich, wenn der Gegner nur noch weniger als 1000 Life Points hat, dann kann die Karte mal gut kommen. Aber diese Fälle sind so selten, dass das wirklich relevant wird und dass man ohne den Effekt nicht gewonnen hätte, dass sich der Platz im Extradeck heutzutage auf gar keinen Fall mehr lohnt, weil der echt begrenzt ist. Doch die nächste Karte ist mal wieder ziemlich alt und zwar die Karte Bombardierkäfer. Ein Stufe 2 Windmonster mit dem Typen Insekt und den Werten 400-900 und das Ganze ist ein Flipmonster mit dem Effekt. Flip decke eine Monsterkarte auf, die verdeckt in Verteidigungsposition auf der Spielfeldseite deines Gegners liegt. Wenn die aufgedeckte Karte eine Effektmonsterkarte ist, zerstöre sie, ohne ihren Effekt zu aktivieren. Wenn es keine Effektmonsterkarte ist, lege sie in ihre Originalposition zurück. Und dieser Effekt ist absoluter Crap. Ich meine Leute, die Karte hier kostet die Normalzahmen. Ihr müsst die Karte verdeckt hinsetzen und dann wird die Karte vermutlich vom Gegner getriggert in seiner Runde, wenn er die Karte angreift. Und dann ist der Effekt komplett tot, es sei denn, der Gegner hat auch ein verdecktes Monster da liegen, was eine Effektmonsterkarte ist. Und das trifft nur zu, weil Decks, die wirklich in einer Runde eine Karte hinsetzen und was normeln. Und das wird halt nicht passieren, weil wenn der Gegner so viele Paces enablen kann, dann baut er mehr auf als gesetzte Monster. Das ist halt das Problem. Und wenn der Gegner wirklich nur Monster hinsetzt, ja, und nichts sonst tut, dann könnt ihr theoretisch in eurer Runde den Bombardierkäfer aktivieren, also den Flip-Effekt, um eine Karte des Gegners zu zerstören. Aber wenn der Gegner wirklich nur Monster hingesetzt hat, dann hätte man viel besseres tun können, als so eine Scheißkarte hier zu spielen, weil dann hat der Gegner nichts getan. Dann hätte man mit guten Karten schon längst gewonnen wahrscheinlich in den meisten Fällen, weil dann hat der Gegner gebrickt, zumindest bei den meisten Decks. Natürlich wäre die Karte gegen Flip-Decks theoretisch einsetzbar, aber selbst diese Decks wären nicht gegen so einen langsamen, schwachen Effekt anfällig. Der ist einfach viel zu lahm. Es ist nur ein einfacher Crush eventuell und das lohnt sich überhaupt nicht. Und die Karte ist gegen jedes Deck tot, was keine Flip-Monster spielt im Endeffekt, zumindest in 90% der Fälle. Und das Traurige ist halt leider, dass die Karte im Side-Deck auch nicht mal in Erwägung gezogen wird, weil die einfach nicht gut ist. Und mal ganz im Ernst, Leute, warum sollte man gegen Flip-Decks siden, obwohl die gerade in der Meta überhaupt gar keine Relevanz haben? Das macht absolut keinen Sinn. Doch jetzt habe ich nochmal einen kleinen Lacher zum Abschluss und zwar die Karte volle Salve, eine normale Fallenkarte mit dem Effekt wirf nach der Aktivierung dieser Karte deine komplette Hand auf den Friedhof ab, füge den Life-Points eines Gegners 200 Schaden für jede Karte zu, die durch diesen Effekt auf den Friedhof gelegt wurde. Ich denke, ich muss keinem erzählen, dass die Karte vielleicht nicht so geil ist. Ich meine, damit macht man maximal etwa 1000 Schaden. Mehr wird wahrscheinlich nicht passieren. Und dafür geht man dann minus 5 oder halt minus 6, denn die Fallenkarte hier verliert man auch, weil die ist nicht mal permanent, sodass man sie irgendwie mehrfach einsetzen könnte. Nein, sie ist eine einmalige Burn-Chance, die absolut keinen Sinn hat. Ich meine, theoretisch könnte man in Burn-Decks mit dieser Karte hier den letzten Schaden machen. Aber das macht halt keinen Sinn, weil es durchaus ganz viele Burn-Karten gibt, die egal in welcher Situation mehr Schaden machen. Solche spezifischen Burn-Karten müssen mehr Schaden machen als unspezifische. Ich meine, wie soll denn so eine Karte hier mithalten mit so Sachen wie verborgenes Geschütz oder auch was weiß ich gerechte Nachspeisen? Diese Karten sind in fast jeder Situation besser als volle Salve und die gehen nicht wirklich minus. Die gehen quasi minus 1, machen aber auch wirklich eine Menge Schaden, wodurch sich das rechnet, während volle Salve mit irgendwie 400 bis 600 Schaden rumläuft und einfach nichts reißen wird. Und dementsprechend würde ich sagen, ist diese Karte durchaus einer der schlechtesten Burn-Karten aller Zeiten und die Karte muss auf jeden Fall in diesem Format landen. Ich denke mal, das ist relativ klar. Denn die generelle Relevanz von generischen Burn-Karten ist sowieso schon fragwürdig und wenn eine Burn-Karte nur 1000 Schaden macht, dann macht sie einfach in keinem Burn-Deck wirklich Sinn und kann dementsprechend auch nicht wirklich mithalten. Das war's aber auch schon mit der heutigen Folge Die schlechtesten Karten im ganzen Video. Schreibt mir gerne eure Vorschläge für weitere Karten in die Kommentare und ihr könnt mir auch jederzeit schreiben, was ihr von den Karten haltet, die ich heute erwähnt habe. Und an dieser Stelle auch Dankeschön an meine Patreon-Spender. Ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben, wie wir sie gewohnt sind. Deswegen riesiges Dankeschön an euch und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard. Links ist mein Pokémon-Kanal, rechts daneben ist mein Sponsor und rechts daneben sind noch zwei Videos. Das obere wird euch von YouTube empfohlen und das untere ist die letzte Folge dieses Formates. Deswegen schaut da mal rein. Bis bald. Tschüss.